Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Anyway, wir haben... ...den Kackrütter besiegt, der mir nix gebracht hat. Was haben wir hier? Jetzt haben wir noch einen von den Dingern. Spitze der Erwartung, okay. Mal schauen wir doch. Ach, du brauchst magische Schwertschlüssel dafür? Das ist ja scheiße. Dann hatte ich jetzt keine mehr. Ich... Ich würde sagen, ich reite mal hier, ganz ehrlich. Hat ja richtig gut geklappt. Was ist das für ein Scheiß? Mach das weg. Wie mache ich das weg? So, da möchte ich... Und dann machen wir die anderen Ding. Ich habe die Uhr noch übersetzt. Was habe ich denn da eingesetzt? So, wo habe ich noch eingesetzt? Warum habe ich denn die Uhr irgendwas markiert? Keine Ahnung, warum ich das alles markiert habe. So, ich will doch, ich suche die Möpter. Hier oben ist also gar nichts. Das ist ja auch richtig nice. Ich dachte, hier wäre was. Ich dachte, ich hätte hier irgendwas gesehen. Aber schau mal. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, komm, jetzt falle ich erstmal noch eine Dreiviertelstunde. Wieso bin ich da runter? Wieso habe ich nicht das Pferd genommen? Also das Teleportal. Jetzt kann ich meine Dinger holen. Ätzend. Was halt war denn nochmal mit Planen? Genau, mein Plan... Was war denn nochmal mit Planen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mit Planen war es, glaube ich, bis hier oben. Alles gesorgt. Genau, bis zu dem Baum. Genau. So, muss man jetzt sehen. Ich muss noch hoffentlich hier liegen, ne? Vorne Sorte. Sehen nichts, danke. So, äh. Nope. Nope. Äh, yes. Dann können wir da durch das Geld noch durch. Durch das komische Camp. Dann habe ich das auch clear. Und dann kann ich mir da meine... Ich muss sagen, den Spell da finde ich jetzt mittlerweile echt geil. Den fand ich jetzt echt gut. Der geht halt sauschnell. Das ist nice. Keine Ahnung, warum ich... Achso, doch. Da waren diese Wagen, die haben schon gelootet gehabt. Was denn? Wo kommt der da runter her? Den habe ich gar nicht gesehen. Hä? Hab ich nicht gerade noch gut angegriffen? Vielleicht auch nicht. Da! Da oben! Da oben! Da oben! Ja, das ist egal. Warum wirfst du da was lang? поha space! Wahrscheinlich das? Yoo? Ja. Das ist egal. Da oben! Ba oben! ALL S menISI! tym Ich vertraue dir komischen Witter nicht. Du siehst nämlich ganz schön krass aus mit deinem komischen Schwert. Vor allem nicht mit diesem Fettsack hier. Verpiss dich doch mal. Endlich ist der Tod. Da ist ja noch einer. Was bist du denn hier? Ach du was der, der auf mich geballert hat. Das ist aber auch ganz schön für Schaden. Schön. Du hast nix gedroppt dafür, dass du so krass warst. Aber hier sind zwei Thronen. Bitte lass das coole Thronen sein. Da ist nix drin. Da ist auch nix drin. Ich habe wenigstens noch irgendwas. Wieso kriege ich denn hier keine Tringer wieder, frage ich mich gerade. War das immer noch nicht? Da lebt nur einer, oder? Irgend muss noch einer leben. Die Fuß, okay. Die kann ich nicht beschwören. Das ist gut da, ne? Ne, das ist die Leiche. Ich suche schön eine Gegend. Da vorne. Das war auch... Ich glaube, es ist noch einer. So, ja. Ah, komm besser. Wow. Noch mehr davon. Davon habe ich ja eh noch nicht genug. Auf einmal kurz den Rand abchecken hier. Hier scheint aber nichts zu sein. Nope. Schön. Dann können wir weiter. Ich glaube, es ist das denn für Fischl. Ich glaube, es ist das denn für Fischl. Komm schon mal wieder da. Loll, du kannst du... Den schaue ich, hundertprozentig schaue ich den Schirm. Easy game. Das ist der selbe Knight. Das ist der selbe Knight wie gerade eben der. Das ist nicht. Du hast auch sowas. Das macht das aber krass wie schon. Was ist das? Das war ein Schwer-Layer als da ein. Was ist los mit dem Poli? Ich weiß nicht, ob... Ich meine, warum würde ich dich angreifen? Du bist ja wahrscheinlich in die Liebes, oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob du was droppst. Das tut mir leid. Das ist ein Wettel. Es ist ein Wettel-Layer. Hallo Oh Ah Achtung! Spetscher! Die sind wesentlich alversieger als die anderen. So ist dieser Kackhund da. Die machen so krassen Schaden. Manometer! Hört doch auf! Ich hasse dieses langes Künstler. Deswegen spiele ich auch meistens in allen anderen Games, also normalerweise spiele ich auch in Dark Souls, immer oft Dölter, weil ich dieses langsame Angreifen dann richtig tolle Hasse. Das ist gar nicht meins. Was ist denn jetzt? Gibt es hier irgendwas? So, bringt mir das was? Lol, da ist ne Truhe hinten drauf! Oh, what the heck! Das sieht cool aus! Zeig mal! Das hat richtig krasse Weisheit! Oh, das sind coole Angriffe! Das ist genau mein Style! Das will ich haben! Das verbraucht richtig viel Magie! Das ist cool! Sollte ich mich mal... Wir haben jetzt schon mal wieder auf- Wir haben jetzt mal wieder auf- Wir haben jetzt einen Spuren, wir haben einen Spuren. Wir haben jetzt einen Spuren. Hey, warum ist das so schnell? Das ist ja nicht so schnell Füllst du mir nicht mein Fliegen auf? Meine Potions? Ist hier noch irgendwo einer? Ich zieh es mir, wenn ich einen Dann hätte ich die jetzt nicht killen brauchen Wir können das probieren können Hier geht es jetzt halt gerade darum, dass ich keine Mana und nicht mehr viel Mana habe Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Dann bin ich die Und ich nehme es. Ich nehme das mit. Nicht gut, ganz und gar nicht gut ist das. Ich habe doch noch einen Potion, schluck den doch. Echte. Was habe ich denn da gefunden? Ach, jetzt noch so ein Krieg, aber das können wir noch machen. Okay, ich meine, wenn ich gerade hier bin, können wir das hier noch machen, kurz. Ach, Firewall, die Dinger sind jetzt wieder da. Ne, die sind schon woanders. Okay, ich weiß ja, wo ich war. Das ist schon ein Tower, nice. Da gibt es bestimmt wieder so einen Memory-Slot. Ich brauche, wenn ich eigentlich nicht noch mehr Spells brauche. Aber ich nehme alles mit, was ich habe. Such dreiweise. Da ist ein Skelett. Keins hinter mir. Da ist jeweils ein Biester. Da sind kein Ende. Törtle, Törtle, Törtle. Ich sehe keine Törtles. Da ist ein Turtle. Törtle, Törtle. Drei Stück. Törtle, Törtle, Törtle. Ich schätze mal, die können nur... Ey, Finger weg. Hier ist natürlich jetzt so viel, das nervt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr das Mausrad spammen. Okay, ich habe eins. Da ist noch eins. Zwei. Das letzte muss ja wahrscheinlich in Richtung Süden sein, ne? Das ist jetzt mal mein erster Guess. Ich hoffe mal, das letzte ist nicht wieder komplett unsichtbar. Aber das ist kein Wasser. Zumindest habe ich jetzt kein Wasser gesehen. Ich schätze mal, ist das irgendwo hier. Ich meine, das eine war am Baum. Vielleicht ist das jetzt auch noch irgendwo am Baum. Oder oben auf dem Stein. Ich glaube nicht, dass das da unten sein kann. Ich glaube, das muss ja schon in der Nähe sein. Ich weiß nicht, wo es ist. Hier ist zwei Runden gelaufen. Ist hier noch was bei dir? Nope. Ich hasse dieses... ...steuerung von dem... Mann. Skelett, Skelett, Skelett. Hier ist auch nichts. Da muss ja dann auch wohl irgendein Baum sein. Ich hätte noch mal die ganzen Bäume. Hallo. Schauen wir hier unten am Eingang. Wo bist du? Hier oben auf dem Stein dachte ich. Das könnte sein. Ich gehe mal gegen den Unzernabend. Und ich sehe es dann besser. Finger weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit da unten ist in dem Gebiet. Hier unten ist es auch nichts. Habe ich es ja heute gesehen. Nein. Die ist ja bestimmt wieder unsichtbar irgendwie, oder? Hier war die eine. Soll ich die letzte Turtle sein? Ich sehe keine Turtle. Ich sehe keine Turtle. Scheiße. Ich kann es halt gut analysieren, aber... Ich weiß auch alles nicht das Richtige. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es hier irgendwo unten ist. Ich glaube, aber mal runter hier. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier unten ist. Hier unten sind ja auch keine von den Skeletten, ja. Um... Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich finde sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Die eine war ein Baum. Das ist einer von denen, der jetzt Turtle verkleidet ist. Das ist jetzt gerade mein Guess. Ich habe es jetzt gesehen. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Aber immer wieder einfach nur neu. Wo ist die letzte Turtle? Bitte. Ich bin mir bitte stocken im Rückensteil von dem Umschau-Glensert. Oh, Knack. Die Sache ist, Tina hat einmal gesagt, dass beim ersten Castle bei ihr eine Turtle unsichtbar war. Und ich glaube nicht, die im Wasser. Und ich glaube nicht, die im Wasser. Setz mich mal ins Feuer. Und vielleicht ist ja was bald. Keine Ahnung. Vielleicht besetze ich das ja damit, könnte er sein. Ich muss auch nicht mal was zum Wasser entschönen. Ich leite mich alle da hin. Komisch. Was ist denn da? Muss ich mal gucken dann. So. 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 So, die drei weißen Bieste. So, die drei weißen Bieste. So. Ah, die anderen sind nicht da. Die kommen nicht wieder. Okay. Ich weiß nicht, wo sie ist. Also, ganz ehrlich. Die eine war hier oben. An einem von den Bäumen. Aber ich schaue die ganze Zeit schon nach oben. Und da sehe ich auch niemanden. Irgendwo an dem Ding kann das sein. Aber hier sehe ich halt auch nichts. In irgendeiner Ecke hier drin. Direkt offensichtlich vor der Tür. Hier ist auch nirgendwo. Nö, ist... Ist ganz ehrlich. Ich sehe es nicht. Hier hinten. Warte, ich bin tot. Ich weiß nicht, wo. Hm. Hm. Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich... 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 Ich würde mich nochmal hier unten gleich umschauen. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwo unten. Ach, sie sind oben gelandet nicht, oder? Hoppala. Hä? Hä? Wo war das denn? Schau mich mal unten rum. Vielleicht ist es tatsächlich unten. Vielleicht zählt ja das komplette grüne Gebiet. Also die komplette Insel mit zu dem Suchgebiet. Also die komplette Insel mit zu dem Suchgebiet. Spam meinen Mausbutton. Mausart. Ich hoffe, dass ich irgendwas anspotte, irgendwie sehen kann. Ich hoffe, dass ich irgendwas anspotte, irgendwie sehen kann. Ich bin jetzt gleich in der Rolle gelaufen. Damit sind wir eine Rolle gelaufen. Wir haben hier noch so inzwischen irgendjemand checken könnte. Da. Ich bin jetzt davon oben glaub ich sowas. 나�沉 nicht? Ok. Okay, oder? gefunden schwer versteckt weil ich halt ich dachte die muss in der also wir haben passiert immer die ganze ganze biete ich dachte ist halt in diesem oberen bereich halt hoffentlich hat sich das gefallen diese gemälde ist gut bitte was gutes tja wunderbar dann sage ich immer viel mehr fürs zuschauen was ist denn da los oder schenke ich mir das mal aus ich checke mir das mal aus machen wir noch ein bisschen was ich hol mir das ding da einmal das ist was gehen da alles auf die flieche war das war das hier nämlich schon was denn jetzt da es ist Und dann holen wir uns noch die Karte. Ein bisschen. Machen wir noch. Die sagt auch, ich sollte da gehen. Die Sache ist... Hier oben drauf konnte man auch gehen. Ich hoffe jetzt, dass ich mit der Karte das erkennen kann, optisch. Da ist auch noch so ein kleines Castle scheinbar. Oder war das das, welches ich vorhin gehe? Ich dachte, das wäre das gewesen. Noch scheinbar nicht. Ich kann mich auch mit solchen Besetzen auch. Und da ist auch das Ding, sehr gut. Ich zeig's mal ein bisschen was ordentliches. Ah, wunderschön! Guck mal, hier geht das nämlich noch voll weiter. Hier oben drauf ist scheinbar auch noch was Gigantisches. Hier ist auch noch irgendeine Art. Das ist das Castle, wenn ich es vor mir ist. Ja gut, dann könnte man doch das als nächstes noch mitschicken, würde ich sagen, oder? Dann habe ich die komplette linke Seite fertig. Beziehungsweise würde ich sagen, ich check das vor mir und check das hier unten oder so. Dann habe ich die komplette linke Seite fertig. Kann mich dann auch hier um das restliche Wassergebiet kümmern. Und dann hier rechts rum. Ich glaube, das ist einfacher, so das abzuklären. Dass ich das als wirklich trenne mit dem Fluss. Ich glaube, ich werde das genauso machen. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen weiter, oder? Dann muss ich mal noch ein bisschen umschauen. Königliche Ruine. Okay, jetzt mehr Spielergebiet. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen umschauen. Mann! Blöd Mann. Was ist hier los mit euch geistern? Was macht ihr hier? Wo bist du? IG, vergib mir. Ja, dieser königliche Boden war uns anvertraut, aber wir hatten keine Chance. Ja, schuldig. Kann ich dich tun? Okay. Was ist denn? Was ist passiert mit dir? Was ist das ok mit euch? Verstehen, eher ich mir drei. Das war's. Toll, das war eigentlich der Blauen. Was denkst du, wo du hingehst? Oh, macht der schon? Der hat mich zweimal gebissen. Das ist jetzt kein guter Loot. Nee, ist hier gar nichts. Gibt es nicht normalerweise bei solchen Gebieten immer so ein Underground-Gebiet? Wo du runtergehen kannst? Entweder bin ich komplett blind oder hier gibt es nichts. Aber hier müssen wir noch mehr Gebieter kennen. Dann findet man vielleicht sogar was. Okay. Da war der Malfe, ne? Ja. Jetzt sind wir mal außenrum. Äh, nee, hier ist kein Außenrum. Bist du sicher, dass das eine Wand ist? Scheinbar ja. Haha! Bitches. Okay. Hier ist das Loot. Was ist da denn für eine? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber es scheint alles hier zu sein. Wer ist hier nicht? Mehr scheint hier nicht zu sein. Kein Untergrund, Dungeons oder so, wo du einen Wein loben kannst. Da ist nichts. Kein Beindeutig, nichts. Das habe ich auch alles erkannt. Ja, würde ich sagen. Hier links ist irgendwann auch ein Buch, der es liest. Krasser, lol. Well, look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Karian Royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So, here I am, still quietly playing my trade on this spot. Perhaps you like a display? These bones are old, but still able. Karia, ist das nicht Karia? Das sind meines Skills. Vielleicht kriege ich was cooles. Quaffen kaufen. Dumm. Was soll ich denn damit? Verstärken. Braucht ganz normale Schmiedestein. Karianischer Schmiedestein. Ach, schon mal noch ein Schmiedestein. Oh, das war jetzt ganz cool. Gebet. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. It was verdammt cool. Rave, Tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Karian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Raya Lucari Academy turned on the Karians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Karians were taken off guard. But their strength had not waned and they repelled the Knights' Onslaught by conjuring an enchanted snare, that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished. Don't go near the manor, unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights of the Cuckoo. Okay. Interessant. Das heißt, die Akademie hat sich gegen die Verschwörung. I've explained the peril of the enchanted snare, that remains at the royal carrion manor. Whatever you do, brave Tarnished. Stay away from that death trap. Okay. Verständnis geht irgendwie alles nicht, weil ich immer... Ich brauche die ganz normalen Schmiede Steine. Wobei, hier war ich wahrscheinlich dunkel, ne? Dachte ich mir schon. Wenn man das nehmen, das ist an sich cool. Also ich wäre das wirklich gut, das zu nehmen. Wobei du dann halt nämlich diese Verzerrung jetzt... Aber das könnte man schon machen. Das wäre eigentlich schon, glaube ich, cool. Das ist so bald dunkel. Die laufen auch dunkel, okay. Lohnt es sich, das schwer zu machen? Es lohnt sich nicht, das schwer zu machen. Ich weiß auch nicht, was sich hier lohnt. Ich meine, ich möchte mit den Dingern spielen. Schmiede Steine 3. Ja gut, bringt es ja auch nichts. Na gut. Na gut, ich sage einfach vielen, dass wir zuschauen. Beim nächsten Mal gehen wir da hoch, würde ich sagen. Das sieht doch cool aus. Vielleicht gibt es da neue Spells von denen, die ich gerne mag. Bis dann. Ciao, ciao.